Herzlich willkommen bei einem neuen Wochenrückblick. Wir haben Ende September. Die Wall Street hat sich stark bewegt in diesem Monat, ist noch im Minus. Das wird sich laut meiner Prognose zumindest nicht ändern, aber man weiß ja nie. Darüber möchte ich gleich mit dem Roland Jägen sprechen nach dem Intro und dem Risikohinweis. Und da sind wir beide zu sehen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, was für eine Woche ist hinter uns. In der letzten Woche war es schon aufregend mit der US-Notenbank-Sitzung. Und in dieser Woche gab es ganz viele geopolitische Rangeleien, möchte ich meinen, die unter anderem auch dafür sorgten, dass wir neue Jahrestiefs gesehen haben. Genau, ja, neue Jahrestiefs in vielen Märkten. Und gestern dann auf einmal die starke Gegenbewegung, quasi die Rallye im Bärenmarkt, wo wir dann teilweise wirklich sehr, sehr hohe Aufschläge gesehen haben. Insbesondere zum Beispiel auch beim Gold, fast um 50 Dollar gestiegen an einem Tag. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal näher an. Vielleicht auch ganz kurz, obwohl es nicht wirklich ins Format passt, aber der Porsche-Börsengang, vielleicht aus deutscher Sicht heute auch sehr, sehr interessant. Und dann können wir vielleicht einen kleinen Seitenblick mit drauf werfen. Ja, gerne. Habe ich zufälligerweise auch vorbereitet. Lass uns da gleich mal mit den Porsche-Dingen starten. Vielleicht vorher der Risikodisclaimer, damit wir wissen, alles das, was wir sagen, ist auf unser Mist gewachsen. Ganz genau. Und dann gehen wir auch gleich in die Plattform, den Nano-Trader und können gerne mit der Porsche-Aktie starten. Die gibt es auch bei uns schon seit heute direkt als CFD zu handeln. Das heißt, ich denke, da ist auch nicht jeder Poker so schnell und kann die direkt nach dem IPO anbieten. Bei uns ist die wirklich seit heute Morgen, seit 9.15 Uhr dann auch handelbar gewesen. Und hier sieht man den bisherigen Verlauf. Ja, zunächst ein kleiner Abverkauf und dann, sage ich mal, die starke Rallye am Vormittag bis im Hoch über 86,6 Euro. Und jetzt über die Mittagszeit der Rücksetzer ziemlich genau wieder in den Bereich, wo die Aktie dann auch eröffnet hat. Ja, vielleicht dazu die Info. Es war ja oder ist der größte Börsengang vom Volumen her. Ja, seit 1996 am deutschen Aktienmarkt, seit der Deutschen Telekom tatsächlich und in diesem Quartal vom Volumen auch der größte aufs Jahr gerechnet. Weltweit, habe ich mal die Statistik bemüht, der drittgrößte. Das ist schon eine Augenweite. Ja, ist schon eine Hausnummer. Von daher, alle Blicke gingen da heute Morgen an die Frankfurter Börse, als die Aktie gestartet ist und aufgelegt worden ist. Von daher sehr interessant und da werden wir natürlich in den nächsten Tagen und Wochen auch gespannt verfolgen, wie es mit der Porsche AG weitergeht, wie es mit der Porsche Holding weitergeht und dann auch mit den Volkswagen-Aktien. Genau, vielleicht dazu noch ein Satz hintendran. Die Aktien kamen ja zu 82,50 auf den Markt und da waren wir auch im Tief am Morgen. Und da hat sich der eine oder andere erschreckt, weil in der Vorbörse noch eine 91 stand bei manchen Maklern und in der letzten Woche sogar eine 96. Also da hatte vielleicht jemand noch mit mehr Gewinnen gerechnet und deswegen ist auch zu erklären, warum Porsche und Volkswagen heute teilweise 10% im Minus waren, weil natürlich, wenn weniger eingespielt wird, auch weniger für die eigene Bilanz zurückbleibt. Ganz genau, korrekt, ja. Ja, das wollten wir noch anfügen. Dann lassen Sie in den US-Markt gerne reingehen. Du hast es schon gesagt, eine starke Erholung gestern, der Dow Jones davor auf einem neuen Jahrestief. Wie stellt sich denn das Gesamtbild jetzt dar? Ja, genau. Wir können gerne hier auch mal mit dem Dow Jones im Big Picture starten. Der hat hier ein neues Jahrestief ausgebildet, aber man sieht, wir sind auf einem sehr, sehr wichtigen, relevanten Niveau hier. Und zwar testen wir quasi aktuell den Bereich, den wir sowohl vor dem Corona-Rücksetzer hier ausgebildet haben, also bei circa 29.000 bis 29.500. Der war auch nach der Corona-Erholung mehrmals sehr relevant. Also hier sieht man, wurde dieser Bereich mal von unten getestet. Dann Ende 2020, als der Markt nochmal nach oben ausgebrochen ist, neue Jahreshochs hier gebildet hat. 2020 wurde dieser Bereich mehrmals von oben getestet. Dann auch zu Beginn des Jahres 2021. Und genau in diesem Schlüsselbereich handelt der Markt aktuell wieder. Man sieht, die Bewegung war sehr, sehr stark hier. Also in den letzten circa sechs Wochen von 34.300 hier auf unter, deutlich unter 29.000 sogar im Tief gefallen. Also eine extrem starke Bewegung. Von daher ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass wir vielleicht hier eine Gegenbewegung sehen. Gestern der Tag war sehr, sehr stark. Das sehen wir auch gleich noch in kleineren Einheiten von den anderen Märkten. Aber weiterhin ist es natürlich weiterhin ein klarer Abwärtstrend, ein klarer Bärenmarkt. Aber es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass wir vielleicht jetzt mal eine kleine Erholung sehen. Vielleicht bevor dann eventuell auch nochmal ein weiterer Abwärtsimpuls kommt, wenn wir zum Vergleich mal auf die... Da würde ich mal reingrätschen, ganz kurz, weil aktuell ist das Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht worden aus den USA, minus 0,6 Prozent. Und der Dow ist wieder fast am Tagestief jetzt per Indikation 39.300. Wir waren schon bei 29.550 zwischenzeitlich. Schau mal. Genau. Auf jeden Fall sieht man auch hier zum Beispiel im S&P. Hier habe ich die kleine Zeiteinheit geöffnet. Fünf Minuten schadet jetzt auch ein neues Tagestief hier ausgebildet. Gerade in den letzten Minuten. Also diese Zahlen wurden jetzt erst einmal schwach aufgenommen hier vom Markt. Aber man sieht ja, wir sind ja deutlich noch innerhalb der Range des Vortages. Und dass nach dieser starken Aufwärtsbewegung gestern erstmal eine Konsolidierung folgt, ist jetzt durchaus nicht unwahrscheinlich. Wir sind ziemlich genau bei einem 50-Prozent-Retracement der gestrigen Tagesrange. Von daher muss man mal schauen, wo die US-Märkte dann zur Kasseröffnung reinschauen. Das ist durchaus, könnte es trotzdem positiv weitergehen, ja. Okay. Ich wollte es nur aktuell mit reinstreuen. Wollte ich nicht groß unterbrechen. Im großen Zeitrahmen war ja gestern eher, wenn man das auf die Tagescharts bezieht, ein Pullback an die ehemaligen Jahrestiefs zu sehen. Und mehr nicht, oder? Genau. Teilweise im Dow Jones war es ähnlich zu sehen. Im Nasdaq sind wir ja vom Jahrestief nur ein kleines Stück entfernt. Hier beim S&P haben wir ja das Jahrestief auch leicht unterschritten, aber zügig zurückerobern können. Und ich denke, solange wir oberhalb der 3.650-Punkte-Marke hier handeln, stehen die Vorzeigen auch erstmal auf weitere Erholung. Ansonsten, ja, sollte diese Marke dann unterschritten werden, könnten hier auch weitere Abschläge folgen. Aber vielleicht ist jetzt erstmal eine kleine Erholung wahrscheinlicher und dann möglicherweise nochmal ein Retest oder ein weiterer Abwärtsimpuls. Den Nasdaq, der war wirklich, erstaunlicherweise könnte man fast sagen, der stärkste der US-Indizes in den letzten Handelstagen. Wenn wir uns da auch mal die große Zeiteinheit anschauen, sehen wir, wir haben keine neuen Jahrestiefs ausgebildet. Also wir sind knapp herangelaufen, aber haben die vorherigen Tiefs hier vom 16. Juni war das nicht unterschritten. Von daher eine relative Stärke hier im Technologieindex und der sich auch gestern im Verlauf des Tages dann sehr, sehr gut erholt hat. Wenn wir uns die kleineren Zeiteinheiten anschauen, dann sehen wir aber natürlich, das ist wirklich eine Erholung im Rücksetzer im Bärenmarkt. Und ja, der ist fast punktgenau hier zum Beispiel im S&P an das Value Area Tief der Vorwoche herangelaufen. Und das ist immer so, das schauen wir uns ja auch häufiger an, der erste Test des Value Area Hochs oder Tiefs der Vorperiode hier der Vorwoche kann häufig genutzt werden, um einfach auf eine Trendfortsetzung zu spekulieren. Und so war es letztendlich auch, dass als der Markt gestern diese Marke von ca. 3.745 bis 3.750 angelaufen hat, kurz vor, vorm Kasserschluss in den USA folgte dann auch schon der kleine Rücksetzer, um das setzt sich bisher fort im aktuellen vorbörslichen Handel. In den anderen Indizes sieht es ähnlich aus, im Nasdaq auch. Hier sieht man auch die relative Stärke. Er war am Dienstag schon an diese Marke herangelaufen, abgebracht. Also gestern mal kurzzeitig dann innerhalb der Value Area der Vorwoche, aber letztendlich konnte sich der Markt auch nicht darin etablieren und ist jetzt wieder nach unten ausgebrochen hier aus dieser Value Area. Wenn wir uns dann vielleicht noch im S&P die ganz kleinen Zeiteinheiten anschauen. Ja, das haben wir gerade schon gesehen, das neue Tagestief. Aber auch gestern hat man wirklich dann nach der US-Eröffnung deutlich die Stärke gesehen, nachdem wir ja vorbörslich sehr schwach waren, nochmal neues Jahrestief ausgebildet. Konnte der Markt dann die Value Area vom Dienstag zügig zurückerobern. Und hier war dann eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute vielleicht Möglichkeit, auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Solange wir innerhalb der Range und auch der Value Area des Vortages sind, kann man immer diese Reversion-to-the-Minen-Bewegung häufig sehr gut traden. Und ja, diese Bewegung hier von circa 3.650 bis 3.700 war dann durchaus Potenzial vorhanden, die entsprechend zu traden, dass der Markt dann so stark ist und auch die Value Area zügig durchlaufen ist und immer weitere Hochs markiert hat. Davon war dann nicht unbedingt auszugehen. Aber da macht es dann vielleicht immer Sinn, Teilgewinne mitzunehmen und dann vielleicht den einen oder anderen Kontrakt einfach laufen zu lassen und dann den Stop einfach nachzuziehen. Ja, das sind ja immer gute Intraday-Trends. Aber wie man sieht an der aktuellen Notierung, am nächsten Tag kann sich das Bild ja schon wieder wenden. Also vielleicht ist in der aktuellen Volatilitätsphase es doch klüger, wenn man eher in den kleineren Zeiteinheiten agiert, oder? Also sehe ich ganz genauso. Swing-Trades sind aktuell sehr, sehr schwierig im Umfeld, im aktuellen Umfeld. Ich finde es auch in Einzelaktien teilweise sehr schwierig, da das genau zu timen und einzusteigen. Von daher sehe ich es ähnlich. Eher die Indizes in den kleineren Zeiteinheiten handeln, weil da sehen wir durch die hohe Volatilität oft schöne Intraday-Trends und Bewegungen. Und wenn man da ein Stück weit mitnehmen kann, ist das, denke ich, sehr, sehr gut. Für Swing-Trades haben wir vielleicht aktuell nicht das richtige Umfeld. Du hast den Goldpreis auch noch mit angeführt, der ja auch so ein bisschen unter Druck kam, weil die Dollar-Stärke hier einherging nach den Zinsanhebungen in den USA. Da gab es auch gestern eine Gegenbewegung, also scheinbar Fluss, ganz viel Kapital in allen möglichen Märkten. Genau. Letztendlich, der Dollar hat ja gestern nach langer Zeit nochmal nachgegeben und quasi alle anderen Märkte sind dann gestiegen, egal ob es der Euro-US-Dollar war, ob es Gold war, ob es Öl war. Sogar die Anleihenmärkte sind gestiegen. Und dann natürlich auch die Indizes, also eigentlich alle Asset-Klassen außer der Dollar oder der Dollar-Index sind gestiegen. Der Goldpreis ist ja jetzt seit sehr, sehr langer Zeit hier ausgebrochen unter diesen Schlüsselbereich von circa 1.680 Dollar. Und jetzt ist es auch eine Gegenbewegung von diesem Abwärtsimpuls. Das heißt, jetzt muss man quasi von unten auch sehr, sehr genau auf diesen Bereich schauen, ob die 1.680er Marke zurückerobert werden kann oder ob da vielleicht ein weiterer Abprall nach unten folgt und wir hier ein weiteres Legdown sehen könnten. Ja, das alles schwingt mit, mit den News zu Wirtschaftslage, zu Konsumentenvertrauen und was es nicht alles gibt. Da ist natürlich die Frage, ob WTI immer noch gefragt ist am Markt oder ob sich da auch so eine Abkühlung der Weltwirtschaft schon bemerkbar macht. Der Ölpreis ist ja sehr, sehr stark zurückgekommen, schon seit Juni dieses Jahres und hat jetzt aber auch hier einen Schlüsselbereich getestet und zeigt in den letzten beiden Handelstagen hier aber auch eine starke Gegenbewegung. Also wir haben das Value Area hoch des letzten Jahres von oben getestet. Das lag hier im Future bei circa 76,5 Dollar. Das war auch fast, wir sind auch fast an das Jahrestief herangelaufen. Nicht ganz, aber da hat nicht mehr viel gefehlt. Aber das ist eine sehr, sehr wichtige Marke, die quasi schon im Januar direkt relevant war und die wurde jetzt von oben getestet und hier scheint auf jeden Fall Kaufinteresse vorhanden zu sein. Ansonsten, wir sind auch noch außerhalb der Value Area des aktuellen Jahres. Wir sind auch noch jetzt wieder innerhalb der Range des Vorjahres. Das heißt, das denke ich auch, diese Marke von circa 86 bis 86,5 Dollar, die könnte jetzt auch in den kommenden Tagen sehr, sehr wichtig werden. Wenn die von unten getestet wird, muss man schauen, ob da wieder Druck reinkommt oder ob sich der Markt hier wieder in der Value Area des aktuellen Jahres etablieren kann. Dann könnte man sich hier auch eine Reversion-to-the-Mean-Bewegung oder einen stärkeren Aufwärtsimpuls vorstellen. Ansonsten könnte hier auch noch mal ein Abwärtsimpuls folgen. Ja, dann lass uns gerne in den Aktienmarkt eindringen mit Einzelaktien. Gestern für Schlagzeilen sorgte erst mal eine Biochain. Du hast sie schon aufgemacht, genau. Da gab es nämlich eine Meldung. Da muss ich abgesprochen. Nein, haben wir nicht. Aber das war nun mal der Knaller gestern mit 30 Prozent nach oben. Ich kann mich sogar daran erinnern, es ging um Alzheimer. Genau, es ging um ein Alzheimer-Medikament, wo jetzt die Studien sehr, sehr erfolgsversprechend sind. Und da gab es dann in der Folge jetzt dieses riesige Aufwärtsgap, wo die Aktie von circa 200 Dollar dann am gestrigen Tag auf circa 280 Dollar hochgegappt ist und dann etwas abgegeben hat im gestrigen Handel. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr starker Impuls, der hier erfolgt ist. Und das hat man auch häufig an solchen Biotechnologie-Aktien. Und wenn dann auf einmal so ein Durchbruch erfolgt und die Studien sehr, sehr erfolgsversprechend sind, dann sieht man häufig stärkere Bewegungen oder auch größere Gaps, ja. Ja, und das ist in der Kooperation mit einem japanischen Unternehmen entstanden. Und man hat jetzt hier, wenn man in das Größere, naja, das ist fast das ganz große Chartbild, genau, auch jetzt wieder das Potenzial gesehen mit den anderen Hypes, dass das auch schnell mal wieder abverkauft wird. Also, dass man hier als Anleger auch vermutlich seinen Stopp schnell nachziehen sollte, oder? Das ist ja nur eine Studie. Ja, sehe ich auch ähnlich. Also, wir haben es hier zum Beispiel, wann war das? Im Juni des letzten Jahres gesehen, auch diese extrem starke Bewegung dann auch durch News letztendlich getrieben bis im Hoch, dann im Allzeithoch bei 468 Dollar. Und da muss man wirklich schauen, ob das hier jetzt wirklich nachhaltig halten kann, diese Bewegung, oder ob die auch wieder schnell abverkauft wird. Von daher, wer sich da long positioniert hatte, sollte da vielleicht zumindest Teilgewinne mitnehmen und dann auch den Stopp entsprechend nachziehen, ja. Genau. Und auch das habe ich mir gemerkt beim Thema Alzheimer. Da gab es doch auch noch den Meme-Stock, die Casava Science, die hatte in dem Bereich mit Schnelltests experimentiert, hat auch noch kein fertiges Produkt, aber in Hoffnung auf das fertige Produkt ging das ja auch ordentlich nach oben. Hat die denn reagiert auf die Meldung? Die hat gestern nicht groß reagiert. Also, die ist durchaus ja sehr wohl der Thiel auch in den letzten Tagen und Wochen gewesen. Die hatte auch ein kleines Aufwärtsgep, das aber dann abverkauft worden ist, aber die hat jetzt auch hier keine neuen Wochenhoch oder Mehrwochenhochs markiert. Die ist natürlich schon im Aufwärtstrend über die letzten Tage und Wochen gegeben, hat die gleitenden Durchschnitte zurückerobert. Von daher, da ist auch Potenzial vorhanden, vielleicht aber hier auch nach einem möglichen Rücksetzer in diesem vormaligen Widerstandsbereich. Und da liegt auch der 200-Tage-Durchschnitt. Also, vielleicht noch in Rücksetzer abwarten und dann möglicherweise in diesen hoch spekulativen Wert einzusteigen, auch mit kleiner Positionsgröße. Aber extrem groß reagiert hat sie auf diese News jetzt erst einmal nicht. Ja, hätte ich eigentlich so aus dem Bauch raus vermutet, dass es da vielleicht, wenn eine andere Firma in der Richtung schneller was liefert, dass es hier stärker Abschläge gibt. Aber gut, die Börse interpretiert das ja immer, wie sie mag. Bei einer anderen Nachricht, und zwar in Richtung des größten Unternehmens der Welt, in Richtung Apple, waren auch einige Anleger erstaunt, was da passiert ist. Denn vorbörslich, aus Sicht der Amerikaner, gab es hier eine News, die für Aufsehen sorgte. Es sollen nämlich weniger iPhones hergestellt werden. Also, die Produktion wird ein bisschen gedrosselt. Und das hat sofort die Aktie verschreckt. Im Deutschlandhandel, also vorbörslich vor den US-Handel, ging es schon 3% nach unten. Aber die Aktie in den USA hat sich dann sehr schnell stabilisiert. Die hat sich sehr, sehr gut stabilisiert und dann auch im Plus letztendlich noch geschlossen. Heute gibt es hier vorbörslich aber wieder weitere Abschläge gerade zu sehen. Von daher muss man schauen, wie dann auch der heutige Handel verläuft. Die Aktie ist jetzt eigentlich unter dem wichtigen Schlüsselbereich drunter gefallen. 150 Dollar haben wir schon das eine oder andere mal angesprochen hier als sehr, sehr wichtige Marke. Und die haben wir jetzt quasi unterschritten. Und ja, die könnte jetzt vielleicht erstmal auch als Widerstand fungieren, wenn wir die von unten testen. Die muss auf jeden Fall zurückerobert werden, um hier nochmal von Aufwärtspotenzial zu sprechen. Inzwischen aktuell sieht es eher wirklich schwach aus in der Apple, ja. Aber schwach jetzt kurzfristig, denn wenn man die Performance in diesem Jahr sieht, kann die Apple-Aktie ja den Dow Jones und den Nasdaq locker outperformen. Das auf jeden Fall. Also man sieht hier wirklich, wenn man rauszoomt, der jahrelange Aufwärtstrend ist ja weiterhin intakt. Die Aktie hat sich sehr, sehr gut gehalten, auch im aktuellen Umfeld, auch im Vergleich zum Nasdaq und den anderen Indizes. Von daher ist das aber jetzt aktuell doch eine gewisse Schwäche, die sie hier zeigt. Aber langfristig gesehen ist sie natürlich weiterhin stark, auf jeden Fall. Ja, kann ja nicht nur eine Richtung auf Dauer geben. Also Konsolidierungen sind ja vielleicht auch für die Anleger, die da einsteigen wollen, eine willkommene Gelegenheit. Wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht auch ein Blick auf das, was uns heute noch erwartet an Zahlenwerk. Wir bekommen nämlich eine Micron Technologies. Die haben wir auch mal bei Freestalks analysiert. Wie sieht denn da das Chartbild aus? Ja, die Micron, auch wie viele andere Chipwerte, natürlich deutlich unter die Räder geraten in den letzten Wochen und Monaten. Das ist ein klarer Abwärtstrend, der hier zu sehen ist. Und auch mit neuen Jahrestiefs, die jetzt hier vor wenigen Tagen Anfang der Woche ausgebildet worden sind. Also aktuell auch eher ein schwaches Bild hier. Jeder Rücksetzer hier zum gleitenden Durchschnitt zum 50- oder 100-Tage-Durchschnitt wurde immer wieder abverkauft in den letzten Monaten. Ja, auch das vorherige Tief wurde jetzt unterschritten und könnte jetzt vielleicht erst mal auch als Widerstand fungieren bei ca. 51,5 bis 52 Dollar. Also ich denke, diese Marke muss zurückerobert werden, damit es auch wieder freundlicher aussieht und vielleicht nach einer potenziellen Bodenbildung mit Potenzial für eine Erholung. Da muss man jetzt mal abwarten. Vielleicht können die Zahlen ja überraschen und dann auch für einen Aufwärtsimpuls hier sorgen. Ja, vor allem ist auch das Short Interest, also die offenen Aktien, die Leerverkaufsworten, zurückgegangen. Also vielleicht rechnen jetzt auch einige damit, dass auf dem Niveau ein Boden erreicht ist und wir vielleicht auch mal eine positive Überraschung bei Quartalszahlen sehen. Das wäre doch was. Das wäre was, auf jeden Fall. Nachdem in letzter Zeit gab es eher negative Überraschungen, auch bei den Quartalszahlen. Von daher würde es auch dem Gesamtmarkt helfen, wenn da der ein oder andere Einzelwert vielleicht mal positiv überrascht. Ja, ich denke auch. Wir haben noch eine Aktie, die heute Abend berichtet und das ist eher aus dem Konsumgüterbereich verankert und zwar die Nike. Nike wäre der Weltmarktführer bei Sportschuhen seit Ende der 80er Jahre sogar und da darf man drauf hoffen, dass vielleicht auch dann die Umsätze so langsam wieder anziehen. In den letzten Monaten kam ja mit der schwächelnden Konsumnachfrage auch diese Aktie gehörig unter Druck. Auf jeden Fall. Hier sieht man den Abwärtstrend auch eingezeichnet. Die Aktie ist wirklich mehrmals ja auch in der oberen Trendkanalbegrenzung dann nach unten abgeprallt, hat jetzt auch neue Jahrestiefs ausgebildet. Das vorherige Tief bei ca. 100 Dollar dann auch deutlich unterschritten und versucht sich aktuell hier zu stabilisieren. Wir sind auch auf einem sehr interessanten Niveau, das hier quasi nach dem Corona-Rücksetzer dann mehrmals getestet wurde bei ca. 95 Dollar. Also da könnte durchaus Kaufinteresse aufkommen in diesem Bereich 95, 96 Dollar und insbesondere da vielleicht auch bei positiven Zahlen für den Aufwärtsimpuls sorgen. Ansonsten, wenn man es hier etwas defensiver angehen möchte, wartet man, bis der Trendkanal nach oben verlassen wird und damit auch der 50- und 100-Tage-Durchschnitt, der auf dem gleichen Niveau liegt bei ca. 110 Dollar, bis diese Marke überschritten ist, um dann erst einzusteigen. Also könnte auf jeden Fall interessant werden in den nächsten Tagen. Werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ja, was sich auch ein bisschen verändert hatte in den letzten Tagen, ist die Wahrnehmung von Banken und Versicherungen. Wenn wir uns z.B. die Goldenen Sachs anschauen, das ist momentan in dieser Woche der Verlierer in Dow Jones, kommt man zu der Ansicht, dass erst einmal die Zinsanhebungen positiv gewertet wurden, aber jetzt im Nachgang die Abkühlung der Wirtschaft für Banken ein Problem darstellen, denn man muss Vorsorgen schaffen, man muss Rückstellung bilden, man hat Angst, dass die Kredite nicht mehr gezahlt werden. Genau, und die Aktie ist jetzt auch, die hat zwar jetzt in den letzten Tagen oder Wochen jetzt kein neues Jahrestief ausgebildet, die Finanzaktien haben ja eher schon im Juni sehr, sehr stark geschwächelt und relative Schwäche gezeigt zu vielen anderen Sektoren. Ja, nach diesem Boden hier die starke Aufwärtsbewegung, aber der 200-Tage-Durchschnitt, der auch seit längerer Zeit deutlich abwärts geneigt ist, konnte hier nicht nachhaltig zurückerobert werden. Mittlerweile hat man in den letzten Handelstagen auch wieder den 100-Tage- und den 50-Tage-Durchschnitt nach unten verlassen und er kommt wieder in den Bereich, dass man vielleicht hier an diese Jahrestiefs heranläuft. Bisher ist man noch ein Stück weit entfernt, was durchaus positiv ist, dass man hier auch relative Stärke zeigt, vielleicht zu vielen anderen Einzelwerten und da muss man schauen, ob sich die Aktie in diesem Bereich von ca. 300 Dollar hier stabilisieren kann. Ansonsten ist man auch wieder schnell im Bereich der Jahrestiefs bei 280 Dollar. Ist auch ein sehr interessantes Niveau aktuell. Wenn du eine Aktie mit dem Jahrestiefs aus dem Finanzbereich suchst, dann nimm doch die Visa. Können wir uns gerne anschauen. Im Vergleich, genau, die war ja eher in der Seitwärtskonsolidierung über die letzten Monate und ist jetzt zuletzt in den letzten Handelstagen schon zum Ende der letzten Woche hin aus dieser Range nach unten ausgebrochen. Also hat diesen Schlüsselbereich bei ca. 187, 188 Dollar nach unten verlassen. Jetzt die neuen Tiefs, die hier ausgebildet werden und da muss man schon wieder etwas weiter rauszoomen. Hier dieser Bereich, das war vom Oktober 2020. Der wurde jetzt auch schon unterschritten bei 180 Dollar. Das heißt, wir müssen hier noch etwas weiter rauszoomen. Auch in den Nach-Corona-Rücksetzer, könnte man sagen, wo die Aktie dann auf einem ähnlichen Niveau gehandelt hat, die ein oder andere Periode. Das heißt, 172 Dollar sticht hier etwas heraus, das vielleicht ein mögliches Ziel auf der Unterseite, wo mögliches Kaufinteresse aufkommen könnte. Ja, vielleicht noch eine Aktie, die mir ins Auge gefallen ist, die wir auch letzte Woche schon besprochen hatten. Also daher eine Anknüpfung daran, die Netflix. Denn die hat sich auch weiter Richtung Gap und ich glaube auch sogar in dieses große Gap reinbewegt. Genau, Netflix zeigt ja auch relative Stärke zum Gesamtmarkt, könnte man sagen. Da sie ja sehr, sehr lange auch geschwächelt hat. Man sieht ja auch die größeren Gaps, die hier noch offen sind. Aber man kommt jetzt wieder in diesen Bereich, sage ich mal, bei der oberen Range Begrenzung und versucht jetzt wieder so langsam nach oben auszubrechen und dann auch in dieses Gap hinein zu handeln. Das heißt, da liegt die Kante ja circa bei 250 Dollar. Da ist man nicht mehr allzu weit von entfernt. Und ja, dann wird es interessant sein, wenn wir in diesen Bereich hier reinhandeln, wo ja wirklich die Aktie kaum gehandelt wurde. Da kann es natürlich auch sehr schnell durchgehen. Oder der Widerstand ist weiterhin so stark und das Folkchen auch im Abwärtsimpuls. Knapp darüber, mitten im Gap, liegt jetzt auch der 200-Tage-Durchschnitt, der immer weiter nach unten zieht, liegt jetzt bei circa 306 Dollar als mögliches Ziel auf der Oberseite und dann auch als möglichen Widerstand, wo er in Betracht kommt. Also auf jeden Fall relativ interessant. Die hat sich jetzt so langsam hier diesen 50- und 100-Tage-Durchschnitt zurückerobert und könnte jetzt vielleicht auch bereit sein für eine etwas größere Bewegung. Ja, und da spielt auch immer das Programm eine Rolle, was bei Netflix ausgestrahlt wird, wie das ankommt. Da gibt es eine neue Erfolgsserie. Die letzte hast du ja vielleicht noch im Hinterkopf, wie die hieß. Ganz genau, die Game of Thrones war ja extrem erfolgreich. Ich weiß gar nicht, was jetzt in der Pipeline steht an neuen Serien. Ja, da bist du schon noch eins hinterher. Da gab es ja, glaube ich, dieses Squid Games. Ja, genau, die meintest du, ja. Genau, und jetzt ganz neu gibt es nämlich hier diese Serienkiller-Dokumentation, True Crime heißt die, die ist jetzt angelaufen und hat in der ersten Woche die Bestmarke von den anderen Serien, die du genannt hattest, hier überspielt. Und zwar, ich muss es ablesen, insgesamt, Dahmer heißt das oder Dämmer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist ein True Crime-Dokumentation, eine Biografie von Serienkiller. Und ja, wurde in der ersten Woche unglaublich, 196,2 Millionen Stunden gestreamt, Wahnsinn. Das ist schon eine wahnsinnige Zahl und ja, das ist einer der Gründe dafür, dass die Aktie da und aktuell auch gut performt, ja. Genau, Haus des Geldes gab es noch, die kommen da auch nicht rein und Stranger Things, also für Serien-Fans, ist das auf alle Fälle etwas, da sollte man mal reinschalten. Ich selber habe ja noch nicht mal Netflix, ich habe gar keine Zeit dafür. Ich habe auch kein Netflix, also da muss ich dir zustimmen, wenig Zeit und dann auch eher Amazon Prime, da gibt es ja auch die eine oder andere spannende Serie. Von daher, ich bin auch kein Netflix-Jünger, ja. Das denke ich auch. Die Börse ist ja auch so spannend genug, also was gibt es da ansonsten noch für andere Sachen nebenher. Und vielleicht können wir heute noch erwähnen, dass es ja noch ein Event gibt, was sich Freitag und Samstag als Präsenzveranstaltung erstreckt und zwar in Frankfurt. Ganz genau, jetzt nach zwei Jahren Abstinenz gibt es nochmal die World of Trading in Frankfurt, diesmal auch etwas früher, nicht zum gewohnten Termin im November und da sind wir natürlich von WH Self-Invest, Free Stocks und Investui auch vertreten. Ich nicht persönlich, aber es sind einige Kollegen vor Ort, also gerne auch vorbeikommen an unserem Stand oder natürlich auch dem tollen Programm in den Seminarräumen oder auch auf der Bühne teilnehmen und anschauen. Ja, wir folgen dem Ganzen online, das wird nämlich auch online dieses Jahr übertragen, ist technisch zumindest so geplant bei Fit4Finanzen. Also mal schauen, ob man den einen oder anderen dann vielleicht auch virtuell sieht, wie er dann quasi vor der Kamera vorbeiläuft. Ja, schaue ich morgen auch gerne mit rein, ja. So machen wir das. Dann ganz lieben Dank erstmal, dass wir am Donnerstag heute schon quasi über die World Street reden durften zusammen und dann morgen den Blick auf die World of Trading haben und wir hören uns am Montag wieder mit dem DAX-Ausblick. Sehr gerne, bis nächste Woche und schon mal vorab ein schönes Wochenende. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Bis dann, ciao. Ciao.